moin sens zurück bei mir auf dem kanal und wir spielen weiter selda im master modus auf der switch und wir sind im wald der crocs und haben den ersten schreien sozusagen geschafft und den nächsten schreien er soll ja im nordwesten noch hier ist es nicht oder ein schreien war da prüfung der croc die prüfung der macht der anzieher im nordwesten den pilgerweg und im osten die feuerbruch alles hängt wo mit schreien zusammen also wir waren da sind wir reingelaufen die 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 wahren sehr gut. In diesem Fall könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun. Es ist so, Fraxinus hat sich den Kopf gesetzt, die Prüfe von der Krox zu machen. Schau mal, als wäre ich ja mitgegangen, aber er wollte unbedingt allein gehen. Also habe ich ihn ziehen lassen und jetzt mache ich mir solche Sorgen. Können wir ihm nicht heimlich folgen, sodass er dich nicht sieht. Bitte, bitte. Wachen wir. Danke. So blöd, ich hatte dieses hinterherlaufen. Meistens werde ich ihn doch entdeckt. Das ist auf einmal so schnell. Warten, cool. Ich drangehen, weil sonst dreht er sich um. Wer weiß, wo er sein lang soll? Alles ergibt das auf jeden Fall. Na. 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 ich schon so ein bisschen es geschafft ach ja ich hasse diese sowas hat mag ich nicht erst mal meldet ihr soll es ganz gut nette abwechslung doch und das doch Okay. gerade bevor gebracht wird von den wolf gleich bekommen also auch alleine machen will gefährlich für dich auch 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 Ich habe die Prüfung geschafft. Hey, wer ist da? Du bist doch der Held. Wer hat der Held? Ich habe die Prüfung geschafft. Und zwar ganz allein. Oh, ach ja. Der Dekobor hat gesagt, dass ich im Schreien und Segen auf den Helden war. Ich schaue doch mal nach. Danke, Fraxinus. So war es schon. Jetzt habe ich einen Arm gemacht. Da hat er, da hat er, ne? So, machen wir mal die Prüfung. Ich bin noch nicht mehr sicher, was die Prüfung hier ist. Aber wir werden schnauzen. So. Fast, glaube ich. Ja, ist auch mal ein leichter, leichter Schreien. Nehmen wir auch gleich den nächsten mit. Super. So, jetzt müssen wir den nächsten Schreien finden. Der war, glaube ich, im... Oh, müsste es, wie weiss ich nicht mehr sagen. Ähm. Gut. Einmal den Weg zurück, aber... Das wird ja wohl nicht so schnell. Aber nimmt es einen gelben Punkt, denn da ist es schwer. Huch. Ich habe schon noch mal einen Baum. Dann bin ich. So, Landi. Ach, guck mal, so passt. Ich bin jetzt erwachsen. Ja, wir gehen zurück. Und dazu den... So, sind wir hier. Also, den... Oh, komm, so. Haben Sie den fest, die Prüfung, die Macht anziehen? Okay, haben Sie. So, die Waffen, was soll das machen? Beschwert. Ist der jetzt in Norden da? Besten. Ja. Doch, der Weg, der gerade eben längst laufen wollte. Ich dachte, es gibt... Und auch schon auch den Schraub. Dann... Äh... Äh... Ein Jahr noch... Gut, Freude. Der andere, der uns wieder eine Anweisung geben kann? Ja, gut. Bücher. Ein Hylianer tritt zu dem Prüfung der Trucks an. Geht das überhaupt nah? Wird schon seine Ordnung haben. Magst du dich an meiner Prüfung versuchen? Ja. Wirklich, du machst das? Da hat sich das Fragen ja gelohnt. Bei der Prüfung geht es um folgendes. Du darfst dich einfach nicht im Leben verlaufen. Buch, du wächst etwas. Und reden. Kein Problem, kein Problem. Du kriegst einen Hinweis von mir. Die Bäume, die Eisen verschlingen, weißen den Weg. Ich von Ihnen... Okay, dann kann ich, glaube ich, äh... Dann kann man die ganzen Eisen-Sachen sehen. Dort ist... Okay, ich sehe keinen mehr da rein. Da ist auch einer, okay. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Okay, da war Eisen. Da hinten ist ein Bull. Oh, ja. Hey. So, die Sachen müssen einfach einsammeln, aber die Waffen jetzt nicht. Stopping Sachen. So, das. So. Okay, ähm. Jetzt muss ich hier reinlegen. So, das muss man ausstehen. Oh, ja, ja. sind da wohl die fackeln um die kiste ein floss da müssen wir rüber auch noch ich gehe die von der drüben okay da kommt der schreien zum vorschein sehr gut haben wir doch schreien verschwimmen drin machen muss so so das war es ich so viel machen kann man holt wahrscheinlich die sachen ab die war dann auch so perfekt jetzt aber nicht und ja das reicht leider noch nicht auch mit zwei weiteren herzen reicht es noch nicht das schwert ross jetzt mal der brauche noch passiert doch hat hier über die frühe da fehlt noch einer machen müssen dann fehlt uns ja noch eine feuerprobe auch los vielleicht ganz ja wieder und für euch ist es egal denn wir stoppen mit dieser folge jetzt hier denn wir haben ja alles geschafft soweit suchen den letzten schreien der nächsten folge bis dahin tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal.